Sie gehen auf eine Reise. Eine Reise durch die Erinnerung. Sie müssen lediglich meiner Stimme folgen. Wir haben geschlossen. Ich weiß, tut mir leid, es ist spät. Wir haben noch Zeit für eine Sitzung. Als das Wasser zu steigen begann und der Krieg ausbrach, wurde Nostalgie zu einer Lebensweise. Die Zukunft hatte nicht viel zu bieten. Also blickten die Menschen zurück. Und nichts macht süchtiger als die Vergangenheit. Nein, 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 leg mich zurück! Leg mich zurück! Sie blickt nach vorne. Und das solltest du auch. Menschen lösen sich nicht einfach in Luft auf. Um sie zu finden, musste ich wissen, wo sie herkamen. Floh sie vor der Vergangenheit? Oder rannte sie ihr entgegen? Wie gut hast du sie wirklich gekannt? Wie gut hast du hingesehen? Wer war sie? Wer war sie? Wer war sie, wenn sie nicht bei mir war? Du denkst, du willst antworten. Aber das willst du nicht. Wo ist sie? Wo ist sie? Brandstiftung, Bestechung, Mord. Menschen lieben ihre Geheimnisse. Geh diesen Weg nicht. Bleib hier. In diesem Leben. Ich habe über vieles hinweg gesehen. Ich muss das tun. Diese Maschine von Ihnen. Wie nah kann man herangehen? Bevor die Illusion zerstört wird. Sie gehen auf eine Reise. Sie müssen lediglich meiner Stimme folgen. Sie müssen lediglich machen. Per ich? Ich bin der Wild. Ich bin der Wild. Die Wild. Wie är die Individ europeist. Ihr alertet ist. Dieсячidence.